Das schüchterne Ferkelchen ist eine Sensation, im Revier von René Walter und Jana Simon. Das ist ein kleiner Keiler, das ist einer der ganz seltenen Chaco-Bekarys. Die sind so eine Bekari, so eine Art Nabelschweine, die kommen in der großen Chaco-Wüste im Nordparaguay vor. Und die sind erst in den 70er Jahren entdeckt worden. Und uns ist die Logen die europäische Erstsucht. Also da sind wir schon ganz stolz drauf. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem. Die erste Bache hat zwei Früchtlinge gebracht, wunderbar, und dann hat irgendwann später die andere Bache gebracht. Und dann wahrscheinlich gab es dann Streitereien. Wir können rausgehen, ein bisschen in der Sonne. Ja, da muss ich ein bisschen was draussen machen. Aua. Ups, die Mühe sind weg. Milchzeit. Wollt ihr den Kissen holen, lieber Jana? Nö, geht schon. Geht schon. Auf geht's. Hat er aber auch mal, ne? Ja, zum Einzelnen, mit festen Zeiten, alle zwei Stunden. Au! Du hast dich wieder gezwickt? Ja, man muss so mit den Zähnen aufpassen. Immer schön die Finger weg. Darf ich mal deine Hose schützen? Das ist auch schon egal. Oh, ordentlich ein Zucht auf heute. Das ist gut. Die Pfleger helfen mit der Flasche nach. Und das rund um die Uhr. Das war dann ziemlich schwach und dann haben wir das halt mitgenommen. Also, das muss ja auch mit nach Hause, das können wir ja nicht hier lassen. Weil die Abstehen doch zu groß sind. Alle zwei Stunden, das kriegt man ja hier abends nicht mehr hin. Wir sind ja hier halb fünf weg. Das ist das erste Mal, dass man, wir sind ja schon viele Jahre am Tierpark, bei so einem Schwein großzieht. Vor allen Dingen sind die Mengen so komisch. Der trinkt ja nur so ein Pack an und bei den Ziegen hauen wir so eine ganze Pulle rin. Oder früher beim Jagd, also ein Rind, also eine Riesenpulle da rin gehauen und das lohnt. Der Uffacht fast ja nicht, ein bisschen schütteln. Also, sind wir satt? So viel hat er jetzt. Hier kann man schon schön, die Eckzähne. Ja, die sind ordentlich. Schon am ersten Tag sind die da. Ja. Und die wetzen sich, sieht man sehr schön, immer bei andern aneinander. Also, bleiben die immer ratenscharf. Die sind richtig... Die tun auch richtig weh. Also, wenn der einen in den Finger hackt... Macht er nicht mit Absicht, muss man mal sagen. Das ist einfach nur aus Versehen, wenn er da drin knallt. Aber die sind schon gleich angelegt und schon sichtbar. Nach dem Trinken Gewichtskontrolle. Ich geh mal die Waage holen. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Hast du früher Karpfen verkaufen? Ist ja leichter wie ein Tag, jetzt haben wir 88. Schau. Das ist gut, das letzte Mal hat er 760 gehabt. Die stetige Gewichtszunahme ist ein Zeichen für stabile Gesundheit. Halt mal den Finger hin. Ich bin gespannt, wann er mal zum ersten Mal zubeißen. Ganz geil. Ich hab dir zum Anfang gemacht, so den Finger hingehalten zum Lutschen. Vorsicht, der rollert mit der Zunge zu seinen Zähnen hin. Und dann beißt er ruf. Ich lass dich nie wieder los. Oh doch. So ein bisschen rumflitzen. Komm, wir setzen nicht mal in der Sonne. Da muss man aufpassen, dass er nicht abhaut. Der erste Spaziergang mit der Ersatzmama. Was macht der heute das ganze Programm? Streicheleinheiten für das Chaco Pecari. Das Flaschenkind lässt sich lautstark verwöhnen von Ersatzmama Jana Simon. Seit 2 Nächten können wir auch durchschlafen. Da kriegt er abends um 11 die letzte und meldet sich nachts nicht. Sonst wollte er immer um halb 2 noch eine Pulle. Jetzt kriegt er morgens halb 7, wenn er wach ist. Und wenn wir auch wach sind. Das ist wie so ein Quietsche. Wer ist denn für ein Hund so? Wenn du Spiele machst. Oder wenn man sich so aufzieht, so Spielzeug. Ja, ja. Verarsch mich mal, ich geh jetzt. Machst du den Pinkeln? Mach deine Wurst? Ja, mach ein bisschen. Guck mal, das ist Yoga. Schweine-Yoga. Sind ja auch wie gut. Fertig. Schnee, schnapp. Schnee, schnapp, schnapp, schnapp. Endlich mal kein Teppich unter den Hufen, sondern Sand und Erde. Jetzt kommt der Krabbelgeist. Der sieht ja wirklich aus wie ein Igel mit Hufen, oder? Ja, ja, genau. Bist ja ein Genießer. Ja. Da denkst du, was er abends machen muss? Auf dem Sofa liegen und dort Schwein kraulen. Geh mal zu deiner Mutti zurück, komm. Die kleine Nase geht, oder? Eine kleine süße Steckdose. Fick hier. Nein, nein. Ziehst du dabei eine Stimmbänder? Ja, ich weiß auch nicht. Ich tue doch eine Strippe hier irgendwo. All zu aufregend. Die ersten zwei Nächte durfte er auch mit ins Bett? Nein. Und dann hat er aber im Bett gepinkelt und seitdem ist er rausgeflogen. Aber die Hufe sind echt niedlich. Hopp, 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 hopp. Hier eben, Lieben. Na, der ist schnell. Nicht in den Buschen. Dann brennest du und ich habe kurze Hosen. Komm, Kumpel. Die ganze Luft hier hinterher? Nee. Ab ins Bett. Los. Vom Sonnenschein träumen. Und Kraft tanken für einen neuen, spannenden Tag. Zurück im Tierpark. Im Revier der Chaco Pekaris. Der jüngste Pekari ist jetzt 14 Tage alt und wartet im Essensraum auf die Pflege. Oh, wieder voller Milch hier. Ja. Ja. Ich habe das eingemummelt. Ja, das ist jetzt raus. Das beißt mir nicht ins Bein. Schnuppi, komm. Da ist es. Ach, reckerchen. Er sucht immer Kontakt mit irgendeinem Stoff. Ja, er kuschelt immer irgendwo rum. Wenn die beiden Pfleger gegessen haben, gibt es für das kleine Wildschwein ein Fläschchen. Au. Da hört er. Er wird schon mit Wasser plätschern. Ja. Die Chaco Pekaris leben in Südamerika, Paraguay, Argentinien, Bolivien. Ihre Bestände sind stark bedroht. Deshalb beteiligt sich der Tierpark an einem Nachzuchtprogramm. Hälfte, Hälfte mache ich mal. Hälfte Milchpulver und Hälfte Wasser. Und Publour. Geht gleich los. Ich spitze schon mal den Rüssel. So. Auf geht's. So. Oh, er sieht die Flasche. Ja, ja. Und hat mit den Fingern. Ja, ja. Achtung. Wenn das nicht lief ist, dann weiß ich nicht. Ja. Können die vielleicht noch einen Rehkitz toppen, ne? Ja. Wird schon seitlich, glaube ich nicht. Aua. Oh, jetzt. Beinah. Seit 2012 gab es sieben Pekare-Geburten im Tierpark. Den äußerst seltenen Nachwuchs hat sogar schon der Botschafter aus Paraguay besucht. 30 Gramm ist gut. Ist was? Ich finde, dass der ein bisschen aussieht wie ein Igel mit Hufen. Mit Hufen? Mit Hufen. Ah, mit Hufen. Jetzt ist das kleine Wildschwein satt. Und ab geht's zum Mittagsschlaf. Der kleine Chaco Pekare soll noch geworgen werden. Mit Hufen. Noch mal becken, wiegen. Du weckst es, damit ich nicht der Böse bin. Oh, sieg. Dann los. Müsst ihr jetzt aber schon Kilo drüber haben. Guck mal was. Dann muss man pinkeln. Oder Pullern. Handy macht man den Willen. Pinkel, so ein bisschen. Oh, jetzt ist es falsch. Oh, vergiss es. Jetzt haben wir es. Warum? Wo hast du angepasst? Schnell die Hand hingehalten. Ach so. Aua. Ja. Pock ihn rein. Einmal Schakopekare zum Mitnehmen, bitte. Ein Kilo, 18, Kilo 16. Super. 1.160. Gut. Jetzt schreibe ich mir sofort auf. Der kann ja nicht leiden, so über den Kopf. Irgendwie. Ich ja auch nicht. Inzwischen hat er auch einen Namen. Er heißt Zamuko. Zamuko ist eine Sprache der Einheimischen von Paraguay. Ich finde es passend. Passender als Rocher. Oder Heinz. Heinz wäre ja auch nicht. Heinz wäre blöd. Aber Zamuko finde ich richtig passend. Sorgt er sich fest? Ja. Cool. Würde ich gar nicht überhauen. Das ist ein Knutschbeck, der nach unten passt. Ich wäre eben auch in der Hornhaut. Ja, ja. Oh nein. Gleich macht Zamuko einen Spaziergang. Im Revier der Chaco Pekaris. Gemeinsam mit den beiden Tierpflegern René Walter und Jana Simon besucht Zamuko seine Familie. So verrückt. Ich will da nicht zurück. Die waren ein bisschen böse zu dir. Die Geschwister, ja. Ja. Hör mal wieder in Bürste, ne? Der Keiler wieder. Guck mal, Mami und Papi. Schau. Die Bösen, die die alle weggesoffen haben. Das ist ja ein Unterschied, ne? Wirklich. Die älteren Halbgeschwister, Frischlinge von der ersten Bache, haben mit Zamuko die Mutter recht streitlich gemacht. Ihnen von seiner Mutter, der zweiten Bacher, verdrängt. Deshalb wird Zamuko nun mit der Flasche aufgezogen. Sie haben es verstört. Die Bösen. Riecht schön nach Pekari, ne? Nee, die schmatzen. Zamuko. Das war bestimmt so, dass die dem die Milch weggesoffen haben. Ja, denke ich auch. Die groß die sind. Die groß die schon sind gegen ihn. Ja, ja. Jeder willst du nicht hin? Nee. Da stecken wir dich auch nicht rein. Die schmatzen doch auch so wie ihr. Und die Frischlinge da, das sind auch ein kleiner Keiler und eine kleine Bache. Und er ist jetzt 14 Tage, das ist schon ein ziemlicher Unterschied von der Größe. Und die werden, da werden wahrscheinlich ein Verdrängungswettbewerb gewesen sein. Und da macht er natürlich miese. Zamokus' Geschwisterchen ist wegen dieses Verdrängungswettbewerbs gestorben. Er konnte gerade noch gerettet werden. Ich denke, das wäre gut, wenn die Jungtiere alle zusammenkommen. Dann mal gucken. Schon groß. Ja, wir wachsen schnell, ne? Das ist immer der, knappe Zwinge, der Unterschied ist das. Nee, Kumpel, da bleibst du noch ein bisschen zu Hause. Genau. Du machst Abwechslung, ne? Ja. Da hat er aus der Nase. Dann los. Auf ins Warme. Wenn Zomoku erst ein bisschen kräftiger ist, kann er vielleicht zu seiner Familie zurück. Im Tierpark Berlin haben auch seltene Tiere ihr Zuhause. So auch die Chaco Picaris. Der kleinste von ihnen, Zomoku, bekommt heute sein eigenes Reich. So, jetzt kommt der gleich hier rein. Unser Zomoku, der wächst. Und dann haben wir ihn ins Spielzimmer gebaut, nach unserer Fantasie. Na, wir sind gespannt. Mal sehen, ob hier einer kommt. Das ist ja schön vorbereitet. Ja, ne? Also groß genug ist es. Ankunft im neuen Kinderzimmer. Bist du sauer? Hier wird Zomoku den Tag verbringen, bevor Ersatzmutter Jana Siemann ihn wie jeden Abend mit nach Hause nimmt. Hey, hey. Hallo. Oh Gott, du bist groß. Mach langsam, mach langsam. Alter Hektiker. Jetzt. Da wird er fast ein bisschen. Also ich nehme die nicht mehr auf den Schoß. Nee. Keine Flasche geben. Der kleine Eber muss rund um die Uhr versorgt werden. Das ist 45 alle zwei Stunden. Steigert er sich nicht, ne? Nee, ich will nicht, dass er mehr trinkt. Dann kriegt er wieder Durchfall. Ah. Der soll auch mitfressen. Guck mal, den kannst du durch den Nagel zu hören gucken. Ich möchte dich leider nicht mehr rein. Ist der gerade schon? Das glaube ich nicht. Und? Was sagtest du im Spielzimmer? Du kriegst da hinten nachher noch so ein Lichtgitter rein. Dann kannst du die Sonne sehen. Was los? Das ist eine richtige Terror-Tüte. Der wäre so eine Kuscheldecke. Ja, ja. Man sieht ja, wir sind total am Experimentieren. Weil Neuland für uns ist. Es gibt ja kaum Literatur, wie man das richtig macht. Das machen wir nach Gefühl. Er zeigt uns, was er möchte. Und da reagieren wir. Und da haben wir diese Decke, oder wie Mariana entwickelt, dass er sich dann hinlegt. Und dann wird er ein bisschen zugedeckt. Wie so ein Kind. Und da ist er richtig zufrieden, weil er dann so einen Ersatz-Kuschelkontakt hat. Wir können ja nur nicht den ganzen Tag kuscheln. Auch wenn es Freude macht. So. So den ganzen Tag. So. So schön die Nase bei mir sauber gemacht. Geh mal an deine Decke. Guck. Das ist auch schön. Buonias noches. Nein. Von Müdigkeit keine Spur. Du gehst schlafen. Verlockender als die Kuscheldecke ist für Zamuko der Kontakt mit den Pflegern. Zurück bei Zamuko im neuen Spielzimmer. Kann er nicht beißen? Der macht ja ein Ländchen, den hab ich noch nie gesehen. Jetzt du. Nö. Ich trau mich nicht. Pusten und kuscheln, das könnte ewig so weitergehen. Für das handzahme Chaco Pecari. Ich finde irgendwie gut. Oh, doch noch einen Schluck? Jetzt, wo du gerade so pustest. Oh, die Nadelöcher sind zugesandelt. Wenn der so richtig aufgeregt ist und rumrennt, dann stellt der hinten die Borsten auf. Der hat da hinten so eine Drüse. Kann man gucken? Hier? Ja, genau. Damit markieren die sich gegenseitig. Die schmieren aneinander in der Gruppe. Und da sind so eine, küsst sich die Hand. Sein Vater kann das am besten. die Borsten aufstellen, wenn er eine Erregung ist. Also wenn Gefahr ist, dann ist er wie ein großer Mob. Für Zomoko gab es nicht genug Muttermilch. Deswegen wird der Kleine von Hand aufgepäppelt. Das ist ohne Zähne, ja? Ja. Die schöne Bindung an der Satz-Motter Jana Simon ist unübersehbar. Zeig mal, sind die Zähne gewachsen? Wenn ich schon die Taschen wachsen. Ich schreie. Da sind sie. Oh. Die sind schon ordentlich. Die Gegend, ja genau. Und hier scherzt sich das dann, weil die aneinander reiben. Sehr gut. Die sind wirklich lang. Jetzt kann man ja zugucken. Und spitz. Und hier nicht vergessen, hier ist Wurzelgemüse, ne? Ein bisschen Salat. Vom feinsten. Hier. Doch. Zwingen kann man ja nicht. Aber ich scheint Ihnen zugefallen, ne? Ja. Wir gehen mal raus, kann ich noch ein bisschen spielen. Genau. Und schlafen gehen. Aber Zomoko scheint anderer Meinung. Doch. Jetzt ist aber gut, ne? So. So, jetzt ist gut. Nun muss der Kleine erst einmal alleine klarkommen. Aber es gibt viel für ihn zu entdecken. Zomoko stürzt sich ins Abenteuer. Und dann in die Kuscheldecke.